Hallo zu diesem kleinen Informationsvideo heute am 31.10.2016 um 15 also zwischen 15 und 16 Uhr fange ich mit den Livestream an mit den Halloween Livestream wir werden auch Spiele spielen die ich mir jetzt vor kurzem heruntergeladen habe die euch wahrscheinlich auch gefallen werden nehme ich mal an mich wird es wahrscheinlich in die Schrecken versetzen ich werde mich bemühen meine Webcam einzurichten dass man das auch hier festhalten und ich habe schon mal eine Halloween Playlist rausgeholt mit ganz viel Gruselmusik ich hoffe es wird euch gefallen wie gesagt heute um 15 bis 16 Uhr fängt es an und da ich gestern schon den Livestream gemacht habe und weiß dass der kuppelfrei war werde ich heute mit den Einstellungen auch des Spieles weitermachen ich habe dann nämlich schon mal eine kleine Testaufnahme gemacht dann bis dahin zum Livestream